Das Strafgesetzbuch regelt in Deutschland die Kernmaterie des materiellen Strafrechts. Während es dazu die Voraussetzungen und Rechtsfolgen strafbaren Handelns bestimmt, ist das Verfahren zur Durchsetzung seiner Normen. Das Strafverfahren durch ein eigenes Gesetzbuch die Strafprozessordnung geregelt. Das Strafgesetzbuch wurde am 15. Mai 1871 erlassen und ist seit dem 1. Januar 1872 in Kraft und erfuhr seitdem viele Änderungen. Die meisten Änderungen betreffen den besonderen Teil. Geschichte Januar 1872 als Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich in Kraft Die damalige Fassung stimmte im Wesentlichen mit dem Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund vom 31. Mai 1870 überein, das seinerseits auf dem preußischen Strafgesetzbuch von 1851 basiert, dessen Vorarbeiten 1826 begann. Reformversuche während der Weimarer Republik scheiterten. Während der Herrschaft des Nationalsozialismus wurde im Geiste des Gerechtigkeitssatzes Nullum crimen sine pönert die Bindung des Richters an das Gesetz weitgehend gelöst und ein Analogiegebot eingeführt. Der offensichtlich rechtsstaatswidrige Teil der Änderungen des Strafrechts durch die Nationalsozialisten wurde mit dem Kontrollratsgesetz Nummer 1 vom 20. September 1945 aufgehoben. Wirksam blieb aber Z.B. die an Tätertypen ausgerichtete Strafdrohung der Mordparagrafen. Dieses Strafgesetzbuch unterlag nach 1945 viele Novellierungen mit denen der Gesetzgeber auf den rechts- und kriminalpolitischen Wandel. Das Strafgesetzbuch wurde auf Grundlage von Artikel 10 des dritten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 4. August 1953 unter dem Titel Strafgesetzbuch neu gekannt gemacht. Als solche Beispiele für neuartige Delikte sind etwa zu nennen, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Computerbetrug, Geldwäsche, Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen, der Abschaffung der Todesstrafe durch den Art 102 GG folgend wurde diese aus dem Mordparagrafen 1953 entfernt. Gleichfalls fiel der 13 Weg welcher bestimmte, dass die Todesstrafe durch Enthaupten zu vollziehen ist. Insbesondere ist in der Geschichte des Strafgesetzbuches unter anderem das 1. Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 25. Juni 1969 zu nennen. Im allgemeinen Teil wurden statt Zuchthaus, Gefängnis, Einschließung und Haft eine einheitliche Freiheitsstrafe eingeführt und Ehrenstrafen abgeschafft. Des Weiteren zu nennen ist das 2. Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 4. Juli 1969 mit Wirkung zum 1. Januar 1975, das unter anderem einen neuen allgemeinen Teil schuf die Mindestdauer der Freiheitsstrafe auf einen Monat anhob, die Verwarnung mit Strafvorbehalt sowie das Tagessatzsystem für die Geldstrafe einführte und das Maßregelsystem neu gestaltete. Mit dem 6. Strafrechtsreformgesetz das am 1. April 1998 in Kraft trat wurde unter anderem der Strafrahmen bei Vermögensdelikten verringert und bei Körperverletzungsdelikten erhöht. Aufbau Das Strafgesetzbuch ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt. Der allgemeine Teil des Strafgesetzbuches enthält die Lehre vom Verbrechen und dessen Rechtsfolgen und allgemeine Vorschriften zur Beurteilung der Straftat. Hier ist Grundsätzliches geregelt wie zum Beispiel Geltungsbereich des Gesetzes, gesetzliche Definitionen und Schuldfähigkeit, Täterschaft und Teilnahme, Rechtfertigungsgründe, Sanktionenrecht, Verjährung. Dieser enthält die einzelnen Straftatbestände geordnet nach geschützten Rechtsinteressen, zum Beispiel Straftaten gegen den demokratischen Rechtsstaat, Straftaten gegen die öffentliche Ordnung, Straftaten gegen die Rechtspflege, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Straftaten gegen die persönliche Ehre, Straftaten gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit, Straftaten gegen die persönliche Freiheit, Vermögensdelikte, Straftaten gegen die Umwelt, Straßenverkehrsdelikte und sonstige gemeingefährliche Straftaten, Straftaten im Amt. Das Strafgesetzbuch umfasst nicht sämtliche Straftatbestände. Verschiedene Delikte sind auch in anderen Gesetzen mit entsprechenden Strafbestimmungen enthalten. b. Für Steuerdelikte in der Abgabenordnung, für Rauschgiftdelikte im Betäubungsmittelgesetz und im Arzneimittelgesetz, für spezifische Verkehrsdelikte im Straßenverkehrsgesetz, für Waffendelikte im Waffengesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz, für Wettbewerbsdelikte und Verbraucherschutz im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sowie im Wirtschaftsstrafgesetz 1954, für Delikte der Angehörigen der Bundeswehr in diesem Kontext im Wehrstrafgesetz, für Kriegsverbrechen im Völkerstrafgesetzbuch, für Urheberrechtsdelikte im Urheberrechtsgesetz. Diese werden als das Nebenstrafrecht bezeichnet. Siehe auch, Liste der Tatbestände des Deutschen Strafgesetzbuches, Auslandsgeltung des Deutschen Strafrechts, Auslandsgeltung des Deutschen Strafrechtsgesetzes,